Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. So, wir wollen heute einmal mit Jasmin natürlich. Ja? Mit Jasmin natürlich. Ja, hallo. Wollen wir einmal die Großstadt, das Nachbardorf, inspizieren, uns da ein bisschen umgucken. Ich muss nur noch einmal hier ein bisschen mein Kram loswerden. Äh, Knochendings ist unten. Ich hab drei Kuchen, das sollte reichen. Äh, ein bisschen Wadda. Ein bisschen Wadda. Dose nehme ich auch mit. So, meine Time, können wir losradeln? Mal wieder kurz. Ich muss ja schon mal meine Punkte überall investieren hier. Ja, gut, gut, gut. Ich hab ja sieben Stück gehabt. Ach, ich hab gar keine Reparatur-K-K-K-K-K-K-K-K. Naja, egal, komm. Äh, ich hab vier Stück. Hat es mir zwei geben vielleicht, bitte? Bitteschön. Aber in der Sizor, in der Sizor kann ich. Sehr, sehr nett von Ihnen. Ich kann, ich werde, ich habe. Habe gekonnt. So. Habe gekonnt. Äh, ich mag ja das einmal auf der Karte, wo der dichteste Punkt ist. Dichteste? Der dichteste. Der dichterste. Es war einst ein Nachbardorf. Nicht allzu weit fern und doch weit fort. Oh Gott. Da nahm ich mein Radl und radelte los zum Nachbardorf. Gab ich an, im Noon. Lass es doch, bitte. Ja, aber ich bin doch dicht da. Ach so, warte mal. Ähm. Ich müsste mal mein Bike reparieren. Dafür ist ein Reparatur-Kit draufgegangen. Jetzt habe ich noch eins. So. Da. Wo wolltest du jetzt, wenn? Wo bist du überhaupt? Ist das wirklich die dichteste Ecke? Ey, wo bist du? Er wartet einfach nicht, ey. Das ist tatsächlich die dichteste Ecke. Na schön. So Jasmin, wenn du cool bist, mit dem Bunny hopp ich hier durch das Loch. Das Huhn darf leben. Das ist mir diesmal wirklich vorgelaufen. Erstmal habe ich aus Versehen die Klinge gedrückt und dann ist mir das Huhn vorgelaufen. Das war halt keine Absicht, ne? Oh, hier Baumstamm. Für Baumstämme machen wir einen Stopp, ne? Kein Honig. Das hat sich gar nicht so hellzahn angehört. Hast du Honig gekriegt aus deinem Baumstamm? Hä? Aus deinem Baumstein. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch gar keinen Bohrholzstamm. Ach, Mann, egal. Das war Stein, was ich genommen habe. Ja. Oh. Kein Honig. So, du musst vorfahren. Hier ist Kohle. Ja, die können wir später holen. Sonst haben wir volle Taschen, wenn wir da sind. Ja, macht nichts. Ich brauche Kohle. Such dir einen Job, Alter. Wenigstens ein bisschen mitnehmen hier. So, wo muss ich jetzt? Ne, ich warte hier an der Straße auf dich. Die sind ja nett. Warum ist denn die so heulerisch? So. Mit der Axt geschrüppt. Ja, hier bin ich doch auch gewesen. Ja, du warst doch auch an der Stadt, oder nicht? Ja. Letztes Mal? Ja. Ich habe mir diesmal ein Brennnessetier gemacht. Ich habe noch nie Brennnessetier getrunken. Doch, das letzte Mal schon mal. Ja? Ja. Oh, ich habe es getroffen. Und damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wo bist du denn jetzt? Links hier auf der Wiese. Wieso fährst du noch nicht Straße? Weil es der kürzeste Weg ist. Hier ist ein Baumstamm. Ja, ich habe hier die falsche Maus gedrückt. Mit wie vielen Mäusen spielst du? Geht dich gar nichts an. Ich bin Multitasking. Ich habe hier Multitasking-Schlitze. Ich habe drei Mäuse. Hier ist ein Backpack. Ja, eigentlich kann ich Fahrrad einstecken erstmal. Hurra. Was? Was? Achso. Ich habe die ganze Zeit auf mein Fahrrad ein, ey. Ja, die Schrottding. Wie viel Kohle möchtest du denn mitnehmen, damit du Ruhe gibst? Immer mal so ein bisschen. Okay. Okay, das war schon. Ich weiß gar nicht. Federn brauchen wir die erstmal noch? Nee, ne? Hm. So. In der City. Wo man mich mittlerweile kennt. Weiter weiß ich den Text nicht. Er ist denn so schnell. Butter mit Senf. Arbeiterkiste. Handyland. Hm. Oh, Jasmin. Hier sind Weinfässer. Das wird dir gefallen. Mhm. Hier war ein Weinfässer. Das hätte dir gefallen. Äh. Ja. Seid ihr alle tot? Ah, nee. Du wirst doch gleich mehr an. Äh. Doch. Sind alle tot. Definitiv. Ja, jetzt. Du musst erstmal gucken, wo du... Ey, nimm nie die Steine hier mit, ey. War hier nicht Loot hinter? Was hast du denn? Ähm. Aha, eine Leiter. Ich muss erstmal den Besuch entsorgen. Ach, das ist unter mir. Äh, jo. Dann geh ich dir mal entgegen, wa? Äh, noch ein Holzklotz. Keine Ahnung, wo du willst. Äh, im Haus. Ja. Oh, gelbe Augen, gelbe Augen. Oh Gott. Ja, auf der Rasen zu schlagen. Äh, das gibt Holz. Die Natur hat dir nichts getan, Jasmin. Außerdem habe ich gerade, ähm, Blaubeeren eingesammelt. War in diesem Haus der Hauptblut im Keller. Das scheint mir immer so unfair mit den Kleinen hier. Oh, oh. Er hat eine Chance. Au. Er hat mich echt erwischt. Au. Nein, sind die schlimmsten. Jetzt ist es aber mal gut hier. Komisches Gestrüpp da. Gestrüpp voll. Wo war hier der Hauptblut? Oh, ey, ey. Ich denke, da, wo die Lampen immer hinzeugen. Ja, ja, nee, 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 das Haus ist identisch mit einem, äh, bei uns in der Stadt, wo ich schon drinne war. Anscheinend nicht. Äh, doch, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Oh, hier haben wir noch ein bisschen Medizin hier. Äh. Das ist hier, ist hier auch einfach. Achso, hier, Toilette. Ich weiß, es ist da drin. Hm, Toilettenwasser, Beste. So, wenn ich jetzt einmal rumgelaufen wäre, was. Oh, nein, du warst schon hier. Ich habe hier die Tür aufgemacht. Na, das kann doch nicht. Hier vorne? Das kann nicht wahr sein. Hier vorne? Äh, ja, nee, andere Seite. Oh Gott, Jasmin! Hör auf, hier einfach reinzukommen. Okay. Ich habe doch angeklopft. Du hast dich aber nicht angemeldet. Wo ist denn hier noch was? Das klopft doch irgendwo. Äh, hier im Schrank. Okay. Oh, Schipsletten. Hä, irgendwo kommt noch einer. Äh, Keller. Äh, Flur. Keller, Flur, was denn nun? Er kam vom Keller in den Flur, Jasmin. Hier ist nix, aber da kann man hinterher gucken. Ach, das ist das Haus mit diesem coolen Kellergewölbe. Genau, so war das. Ja, Patrick. So läuft der Hase durchs Erdbeerfeld. Jetzt wird da auch ein Schuh draus. Kommst du klar? Ja. Hier waren nur drei lieb, reizende Herren, die sich, äh, der Weinverkostung angeschlossen haben. Mhm. Gut. Aber die haben, glaube ich, über den Durst getrunken. Die schlafen gerade. Und wenn das so was. Ja, ja. Sei es ihnen gegönnt, ne? Bist du jetzt schon wieder hier im Weinkeller? Ja. Eigentlich irgendwas drin, ne? Weil das hier so gewölbt ist? Aha. Hier, dein Forger Head, Heveless. Oh, super, dankeschön. Ich komme gleich zu mir. Ja, hier. Ist ein Rucksack drin, ne? Der musste, da ist nämlich ein Geheimversteck gewesen. Wo? Da, wo die Luke auf ist. Hier, warte. Ich habe auch noch was für dich. Hier, hinter dir. Wo? Läuft der denn hinter dir? Wo bist du denn? Jasmin? Hallo? Wo gehst du hin? Ah, da bist du ja. Schön, dass ich dich gefunden habe. Hinter dir. So, ich habe einmal das für dich. Das für dich. Das für dich. Das für dich. Hast du schon eine Diamant-Klingemod? Oder temperierte Klingemod? Ne, was? Fürs Messer, ne Mod? Eine, aber ich weiß nicht, wer hier da drauf ist. Äh, okay. Brauchst du sonst noch was? Nein. Willst du bei der Gelegenheit meine Kohle haben? Nein. Nimm mal wieder kurz. Ich lese gerade, das habe ich schon. Und die anderen beiden habe ich auch schon. Hm. Ja, jetzt bin ich wegen dir wieder voll. Ja, dann gib doch wieder her. Danke, Anke. Äh, möchtest du Kohle haben? Äh, ja, kannst du mir hergeben? Soll ich dir mal sagen, was ich habe? Ne, warum? Bist du voll? Ne, aber du könntest mir was abgeben. Warum sollte ich, wenn du nicht voll bist? Ja, sag mal. Äh, Federn. Ne. Fleisch. Knochen. Ach, Federn. Doch, Federn. Hier, nimm mal. Oder soll ich nehmen? Eine Musiker. Äh, Knochen. Stein. Ja, habe ich. Gammelfleisch. Ne. Blei. Habe ich. Stofffetzen. Zement. Sand. Äh, nee, nee. Nitrat. Mhm. Rechtssand. Äh. Bruchssand. Mhm. Lehm. Ja. Äh, nee, Set. Ja. Soll ich das nehmen? Willst du das nehmen? Nee, behalte du mal lieber auch eins. Okay. Äh, Eisen. Äh, willst du das haben oder ich? Nee, ist egal. Ich kann es mir geben. Ich habe Platz. Ja, ich habe auch Platz, aber ich sammle nicht so Eisen. Vitamine. Mhm. Trübes Wasser. Mhm. Plastikmüll. Ja, hier. Papier. Mhm. Öl. Mhm. Hast du das Rotkugel? Nee. Willst du noch einen Verband haben? Eine erste Hilfe Verband? Nee, ich habe ganz viel. Ich habe fünf Stück. Ja, okay. Ich habe sechs. Sechs Schweizer. Ja, behalte mal. Ich habe auch Kopfschmerztabletten. Keine Ahnung. Ähm, ja. Gut. Nee, das war aufgebogen. Daran hast du sechs. Ich habe nur so geguckt. Ja, ja. Ich wollte wissen, ob man die alle kaputt machen kann. Nee, Patrick. Die nicht. Nein? Nee. Das ist ein Unding. Eine Frechheit. Warst du hier schon in der Garage? Ja. Ah. Guck, guck. Hey. Hallo. Warte. Komm doch durch hier. Nee. Ah, nee. Das ist 1500. Da habe ich keine Lust zu. Ich gucke mal, ob du hier irgendwo was vergessen hast. Manchmal lässt dir was Gutes liegen. Ach, Jasmin, bitte. Nimm mir eine Situation, wo das mal vorgekommen ist. Hier, das zum Beispiel brauchen wir. Für unser Antibiotika. Äh, hat Glas überhaupt noch irgendeinen Nutzen? Sichtbereich. Mod, mod, mod. Nö, nein, Sir. Hallo. Kann ja sein, dass hier manchmal vielleicht noch irgendwo was versteckt ist, ne? Wow. Er war das. Juhu. Ich habe das Gefühl, meine Lippen. Sind trocken. Ja, auch nicht. Nee. Da gibt es was Neues von Durex. Ach, Geiz. Ey, wusste ich, dass unsere Kacke kommt da, ey. So, wo wolltest du denn jetzt noch hin? Ja, einfach nächste Hütte, wa? Oh, hier, lass mal da in den Bunker gehen. Welchen Bunker? Na, hier in die Villa da hinten. Welche Villa? Ja, das sieht aus wie mein Ferienhaus im Wald. Welcher Wald? Hier, das rote, das mit dem Bug. Kannst du auch gerade ins Haus gucken? Nee, aber da kommen dir schon die Partygang entgegen. Äh, ja. Warum? Warum? Was denn? Ja, kommen jetzt alle. Sind hier irgendwie Kartoffelsamen? Nee, ey. Oh. Du hast aber einen ganz schönen Krach. Die, die sind doch hier nur auf dem, äh, Straßenfestival unterwegs. Wie, wie so eine Schildkröte auf dem Rücken hat er sich gedreht. Teenage Mutant Ninja Turtle. Ja. Äh, wir können weiter, wa? Irgendwo kloppen die hier immer noch. Ja, das ist hier an der Villa. Ja, da willst du jetzt rein. Ja. Was? Hier fehlt der halbe Kopf. Da ist ja was passiert, Alter. Du bist auch. Weißt du, manchmal, du. Oh, wieso verlegen wir unser Lager nicht hier? Hier ist ein Pool. Ah. Oh. Badegäste. Wollte dich nicht stören. Spring mal von drei. Nein. Ja, ey. Warte mal. Ist der klingel? Spring die, was? Durch die Stacheln. Ah, verdammt. Blutbeck. Meiner. Meiner. Ey, der zuckt noch. Ey, geht's ihm gut? Oder steht der jetzt nochmal auf? Hier, komm mal her. Äh, ja. Warte, ich wollte nur mal eine Abkühlung an diesem wunderschönen Sommertag. Ey, ich hab was für dich. Hm? Hier. Oh, nice. Bald hab ich alle voll. Oh, hier sind Stachelfallen. Hier kommen wir nicht hoch. Na doch, müssen wir wegmachen. Wo bist du jetzt, Alter? Äh, sind die doof? Wenn das hier alles zugebaut ist, kommt man doch hier gar nicht rein. Fuck. Ich glaub, die mögen keinen Besuch, Jasmin. Ja. Äh. Ah. 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 Immer eine ganz doove Idee. Ich geh gleich wieder drauf. Ich muss mich einmal bandagieren. Ja. Nicht nur du. Dieses blöde Nachladen, das bricht mir jedes Mal das Genick. Echt mal. Na ja, du hast jetzt die Katze abgekriegt, ne? Oh, da kommt noch so ein blöde Misthöhle. Sorry, ich liebe Hunde. Ich mein das nicht böse. Ich hasse Hunde. Jetzt ist hier einer. Ich hasse Hunde, die nicht hören. Ah. Aus. Sitz. Nur Gammelfleisch? Ja, das hab ich nicht. Will ich ja auch nicht. Äh. Ich, ah, das hätt ich dir gleich drin lassen können. Hier war noch ein Kochbuch. Äh, hier ist noch ein Kochbuch. Warte, ich pack das andere auch noch rein. Hä? Hä? Schade. Oh ey, überall sind hier diese Stachelfallen, mein Gott. Ich kann doch hier nicht tausend Bücher schon gelesen haben und den verkaufen. Äh. Ich weiß nicht von wo da jetzt... Ih, die ist grün. Oh, leck mich doch ey. Und wo kommen die denn jetzt? Äh, da und... Aber die sind alle grün. Ja, in der Villa war wohl nicht so gutes Wasser. Nee. Lauf da rein. Ich hab dir noch mal ein Buch für dich. Wo höre ich noch wen? Ja, die stirbt an der Stachel vorhin. Ich hab denn noch mal ein Buch für dich, äh, wenn du Interesse hast. Ja, warte jetzt erst mal. Jetzt erst mal muss das hier ruhiger werden. Oh. Oh. Oh, ne Waffen... Oh nein. Insel. Lassen. Okay. Ich hab nur hinter mir was gehört. Voll so... Ja, na, damit haben wir nicht gerechnet, ne? Ähm, das wollte ich lesen. Hier geht noch ne Treppe hoch. Äh, da, 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 Treppe? Ja. Hier hoch. Pinsel haben wir mehr als genug, ne? Ja, Edefinger hatte ich den jetzt auch nicht mitgenommen. Oh, hier geht's bestimmt gleich ab. Warte mal, ich muss erst mal nachladen. Liegt's hier irgendwo einer? Ne, nur der da. Das riecht nach einer Falle, Jasmin. Ja. Bleh. Malzreit. Da kommen sie durch. Oh. Ich seh keinen. Hä? Äh, neben dir. Oha. Oh, oh. Können wir gehen? Können wir bitte gehen? Ja. Können wir bitte gehen? Können wir bitte gehen? Können wir bitte gehen? Ganz schnell raus hier. Ich bin draußen. Ja, ich bin... Ey, wo bist du denn? Ich bin noch drin, also, oben auf dem Bahnhof. Ja, ich dachte, ich lock die raus. Also, wir locken die raus. Hier. Ach, da bist du. Können wir bitte gehen? Hier, wie, äh... Wie hier, der, der immer so schreit. Können wir bitte gehen? Der ist auch so cool. Können wir bitte gehen? Wie heißt der nochmal? Oh, Mann. Ich komm grad nicht auf dem Bahnhof. Oh, Gott. Oh, Gott. Jetzt nicht mehr. Oh, Gott. Jetzt nicht mehr. Dankeschön. Ich komm, ich komm runter zu dir. Der Bulle kommt. Äh, der Poliz... Nee, die Dicke ist das. Spring nicht! Nein! Spring doch nicht! Es gibt so viel, wofür es sich zu leben lohnt. Wo ist die denn geplatzt? Hier ist doch irgendwo ein Vogel gewesen, oder? Nee, das war irgendwie... Ah ja, hier, so eine Schreierin hinter uns. Alter! Äh, ich hab keine Munition mehr. Du bist richtig gut vorbereitet, wie immer. Wie beim Einkauf mit deinem Portemonnaie. Nein, ich hab alles verballert. Die hat alle angelockt. Schön. Können wir bitte weg hier? Ja. Warte. Ich brauch mal... Backup. Ich komm mit zu mir. Ich hab keine Ausdauer. Ich kann nicht. Oh, ich muss nachahmen. Okay, warte, ich nehm mein Fahrrad. Hä, ist der wieder aufgestanden? Ich nehm mein Fahrrad. Ich fahr jetzt. Ja, jetzt sind die doch fast weg. Okay. Gibt's hier voll Stress? Ich will mein Fahrrad. Ich fahr hier weg. Können wir bitte gehen? Mensch, wie heißt der denn nochmal, ey? Ich weiß, irgendwas mit M oder nicht? Sein Hund heißt Kai-Uwe. Das weiß ich. Irgendwas mit M. Ich wollte eben Martin Rütter sagen, aber das ist ja der Hundetrainer. Sag mal, was ist denn mit ihm hier? Oh, gute Nacht. Alter, was geht denn hier ab? Markus siehst du nicht, ne? Markus, nee. Detlef. Ja, genau, Detlef. Er ist so geil, ey. Mir haben wir ausgerastet, bin ich so geil. Mit dem Stein. Wo er den da gemauert hat. Was ist das für eins? Oder mit der Mülltolle. Der denn da, wie so ein... Irgendwie so ein Kreise-Steinwerfer... Hammer... Hammerstein... Oder wie heißen die? Zumindest hat er den so in Kreis geschwungen und dann geworfen. Naja, ist das geil gewesen, ne? Übrigens, da oben, wo wir jetzt alles runtergelockt haben, ne? Da war richtig viel guter Loot. Ja, warum geht's nicht wieder hoch? Ja, wollen wir? Verrückt, Alter. Wir haben sie doch... Sind die jetzt alle weg, oder? Ich guck mal. Ich bin ja eh schon infiziert und hab ein verstaubtes Knie und... Ich hab Tabletten mit. Im Gegensatz zu dir bereite ich mich ja auf sowas vor. Hier, ich hab... Ja, ja, ich hör hier nur was. Ja, hier. Okay, dankeschön. Möchte reichen eigentlich. Ja, locker. Du bereitest dich immer so schlecht vor. Ich verstehe das nicht. Du weißt doch jetzt mittlerweile... Worauf es ankommt. Ich will mal so viel Platz wie möglich für den Hut haben. Ja, was bringt dir das, wenn du drauf gehst? Ich geh doch nicht drauf. Ich hab doch dich... Ich denk, wir haben die alle... Ja, genau. Hey, das ist doch draußen. Hinter dir. Hinter dir. Ey! Du hast mich grad hier in so ein Loch geworfen. Dafür hat er jetzt keinen Kopf mehr. Das geschieht ihm recht. Jasmin? Hier ist keine Tür. Hallo? Hier ist keine Tür. Ja. Das finde ich jetzt... Hey, wie kommt man denn da rein? Also, wieder raus, wenn du da reinkommst. Da ist der Hauptblut. Bitte schön. Ich kann hier... Ja, genau. Ich kann hier, glaube ich, ein Loch reinhauen. Ja. Jetzt bin ich unten im Wartezimmer. Das war eigentlich auch keine Absicht, dass ich da... Das Problem ist, wir waren noch nicht hier im Keller, ne? Wo bin ich denn hier? Oh nein. Ist das bei dir? Ja. Oh, ein Glück. Aber das hat... Es gehört alles zusammen, glaube ich. Es ist unten, der Keller. Ach komm, hör doch auf. Ich hab nur einen Knüppel. Hä? Kommst du nicht raus? Nein! Hier ist eine Tür, aber da muss ich durch den ganzen Keller. Wie geil. Ich weiß jetzt nicht, ob du... Kannst du Fram vormachen? Ja. Dann mach... Buddel dich jetzt hoch. Ja, ja, ja. Ähm. Können wir das Loch ein bisschen größer machen? Kann ich erstmal hier die Zombies beseitigen? Oder warte. Ich glaub, er ist nur im Weg. Ja, hier ist nämlich der Loot. Geiler Loot. Hm? Nee, der Loot war oben. Nee, hier ist auch eine Kiste. Ach so, ja. Wie diese Dinger kisten da. Da, voll die fette Kiste. Wow. Geh mal gucken. Ja, hier ist noch richtig gute Sachen. Wisse. Will mir hier einer zählen, ey. Aber der Hauptloot ist oben. Auf dem Dachboden. Kann ja sein, aber hier ist auch gut, was zu holen. Du kleiner Scheißer, du. Okay, ich geh schon mal Richtung Dachboden. Tement. Er wartet wieder nicht. Eine Poffel. Äh, ich hab hier Munitionshauchen. Aber nur Schrotflinte leider. Nimm doch mit. Hab ich. Oh Gott. Äh. Ist das bei dir? Ja. Da war einer im Jacuzzi. Ja, genau. Er hat gelbe Augen. Ja. Komm doch her. Ich bin dabei. Wirken meine Antibiotika noch? Fertig hier? Aha. Was ist das für eine Tür? Oh, ich fühl mich gar nicht mehr gut. Ey, hier ist noch ein Loch. Das hab ich gemacht. Ey, hier ist eine Kühlbox. Ja, die hab ich gelesen. Hier, nimm mal den Tee. Den, du, den. Nimm du den. Oha. Was ist denn hier los? Oh, hier ist eine, äh, Eisenbeinschiene Stufe 6. Oh. Ich hab keinen Platz mehr. Ich hab keinen Platz mehr. Zieh die doch an. Ne, nimm mal. Ich hab ja erst neue Schuhe. Nee, Güte, Lieben. Dann hab ich vielleicht wieder Platz. Wollen wir nochmal gucken, wer hier was hat? Oder ist du noch nicht voll? Ich bin, also ich hab Platz, aber wir können. Okay. Äh, bevor wir zum Hauptblut gehen. Ich habe Kleber. Nö. Fleisch. Federn. Nö. Knochen. Nö. Nägel. Gammelfleisch. Nö. Stofffetzen. Federn hab ich. Ja, gib ja. Ne, Stofffetzen hab ich nicht, ne? Äh, Zement. Nitrat. Äh. Ein Stück Gipsbein. Ne. Äh, paar Sprotflintenpatronen. Ja. Und Blei. Eisen? Äh, ja. Blei. Noch irgendwas? Hm. Plaste? Bruchssand. Plastik, ja. Bruchssand. Okay. Okay. Let's go. Hey, wieso gehen wir wieder zurück? Ja, ich wollt hoch. Aber hier geht's doch auch noch weiter. Aber ich will hoch. Schützt mich stärker, Frau. Mein Gott, geht weiter. Äh, warte, ich muss mal kurz nachladen. Kein Problem, ich kümmere mich drum. Oh, meine Rüstung ist schwach. Äh, Mikrowelle, Gammelfleisch. Hier unten ist noch ein Fach. Aber da ist nichts drin. So, ich will jetzt nach oben. Ja, geh doch, du alte Holzsauce. Ich geh jetzt auch. Ich... Hm. Mann, hier die Treppe. Hm. Oh. Oh, Jasmin. Oh, jede Stufe. Das ist ein Chaos. Oh, meine Rüstung ist schwach. Oh, mein Knie. Irgendwas von meiner Rüstung ist nicht mehr richtig. Kannst du mit Eisen reparieren. Da kommt der Rüstung an, was Schrott ist. So, fünfmal geschmolzenes Eisen. Ich hab hier auch kein Glück mit der Munition. Wo ging's denn hier nach oben, sag mal? Oh. Äh, jetzt muss ich mal sehen. Was ist denn hier schwach? Echt meine Rüstung? Nee, hier die auch, ne? Nee, das sind hier meine Handarmdinger. Ich hab aber keinen Lumpen. Ich hab Lumpen. Räuchte ich. Ja. Was ist so denn? Ich bin nur oben, wie ich sagte. Also auf dem Weg dahin. Ja, wie kommt man denn da hoch? Nochmal. Also erstmal wieder raus hier. In ne, in ne Garage. Da ist gleich rechts die Treppe. Die gehst du hoch. Genau. Jetzt gehst du rechts. Ja, ich muss hier durchs Loch durch. Ja, genau. Jetzt musst du da durch die Tür. Also da durch den Türbogen. Ja. Jetzt gehst du über den Balkon. Und ich hab die Küchentür nach draußen aufgemacht. Ein laues Lüftchen. Lampen schlumpen bitte einmal kurz. Äh, bitteschön. So viel brauche ich ja nicht. Ist ja egal. So, ich teste jetzt nur, ob die alle weg sind, ja? Hallo? Ist noch irgendwer hier oben? Hallo? Wo waren das jetzt hier? Nee. Okay, hier ist alles klar. Ey, wo waren das jetzt nochmal? Ach, hier. Ah, ich hab kein Dietrich dabei. Ich hab. Äh, hast du das geskillt? Nee, ich hab die gefunden. Kann ich die nehmen? Drei Stück, ja, hier. Meine Wahrscheinlichkeit ist höher, dass die Kiste aufgeht. Ich hab das geskillt gehabt. Auf max. Ich kann nichts nehmen. Warte mal. So. Ah, nur Ivera-Creme. Äh. Äh. Ich muss mal die Truhe hier aufmachen, ne? Äh, du kannst ja die drei Pappkartons, äh, da schon mal durchgucken. Was? Ich hab hier noch drei Pappkartons. Geht hier so. Äh, Entschuldigung. Sundheit. Oh, danke. Ja, äh. Hm. Das ist jetzt aber ein bisschen... So, jetzt bin ich schon wieder... Och. Ja, ich kann auch nicht alles mitnehmen. Tinken. Hab ich meinen Kaffee schon getrunken? Okay. Einen Reifen. Ich schmeiß mal das Pap... Entschuldigung. Ich schmeiß mal das Papier weg. Anders, ey. Machst du das? Ja. Jetzt kannst du nochmal die Kisten hier durchgucken, was du davon nehmen kannst. Was sind denn das für Schuhe? Äh, das ist eine Mod, die kannst du in deine Stiefel packen. Geil. Äh, ein Messing? Das brauche ich nicht. Mann. Mann. Wisst mich nicht, ich habe eine richtig coole Idee, aber das musst du von draußen angucken, denn. Nein, warte mal. Das ist bestimmt auch gut und ich bin ziemlich sicher, dass entweder dort, dort oder dort der Hauptnut ist. Das sieht fast aus wie, äh, in der letzten Alpha. Diese eine Gebäude. Wo bist du denn jetzt? Äh, du kannst rausgehen. Du kannst rausgehen zum Pool. Lass mal meine Sorge sein, was ich mache, ja? Ja, Mann. Ich... Das war jetzt nur so eine... Du hast jetzt deinen Hauptflug gefunden. Mhm. Guck mal zum Pool. Echt? Guck ich. Geronimo! Da sind Steindinger drin, äh, Fallen drin. Ja, aber er ist da hinten. War das tapfer, wa? Richtig geil. Ja, geh weg jetzt. Bin ich ein Bänger. Ja, ich... Wo soll man jetzt denn? Ich müsste jetzt entweder umdisponieren, dass ich das Fahrrad durch, äh, durchgehend draußen lasse. Oder, wir sind jetzt bei 39 Minuten. Wir würden nach Hause fahren. Ja, würde ich sagen, oder? Ja, aber er macht nicht viel Sinn. Wir können nicht mehr viel mitnehmen. Wir brauchen echt das Auto. Ja, und wir müssen eh bald, äh, 2H machen, ja. Ja, ich weiß. Kann das sein, dass da einer liegt? Ja. Okay, und tschüss. Oh, da sind noch Baumstämme. Ja, ich glaub, das sieht auch aus wie Honigdinger hier, wie Imker vom Imker. Das ist ne Baumstammfarbe. Da, von oben. Was? Aus dem Dach kam grad einer raus. Da. Oh. Da links. Achso, da... Der kam eben raus. Ja, ja. Sind das hier Imker-Dinger? Okay, ich hab ihn runtergelockt. Er ist bei uns. Kommt's klar? Ja. Sieht wirklich so aus, ne? Wie beim Imker. Ist es aber nicht. Kein Honig. Ne, hier auch nicht. Stehen die Dinger dann hier? Ist ja beschissen. Äh, hier ist ein Glas Honig. Kannst du noch was mitnehmen? Ähm... Warte, ich schmeiß ne Zange weg und nimm das Honig mit. Nimm das Honig mit oder den Honig? Ich hab das so nicht eingepackt, Junge. Sind das denn Blumen hier? Gar keine. Anscheinend. Hm. Ähm, ja, also ich würd sagen, wir... Radeln... Radeln gen Häme. Adröm. Au revoir. Jo. Okay, warte mal, wir haben da unseren Schlafplatz. Genau. Genau den Baum fährt die um. Genau. Und nochmal. Und nochmal gegen, weil es so schön war. Ich will jetzt aber weg hier. Jetzt wird's auch noch nass. Oh, warum liegt hier Stroh? Hm. Warum hat du ne Matte auf? Oh, da ist Nitrat links. Hast du gesehen? Äh, ja. Ich muss dann nächstes Mal nochmal wiederkommen. Hier ist noch ein Baumstamm. Aber das Antibiotika hat ja geholfen, ne? Ja, ja. Also ich bin clean. Also... Das ist schön. Das freut mich, dass du's endlich geschafft hast. Ja, ich hab viele Anläufe gebraucht, aber mittlerweile... Kratz, kratz, kratz. Hey, da sind viele Baumstämme. Ja. Ja. Ich bin jetzt fast zu Hause und ich hab ein bisschen Musik. Ich seh nix. Also ein Strip. Wie zum Geier bist du so weit nach... Oh, sch. Nach vorne gekommen. Ich fahr einfach Fahrrad. Wow, ehrlich. Hast du ein E-Bike? Ja. Ah. Weg mit der Erderkältung. So, BRR. Ice Cream. Wir sind fast zu Hause. Oh mein Gott, seit wann ist das Loch hier? Ah, jetzt hab ich auf das Schild geguckt. Oh, Kriecher. Oh, Huhn. Das ist mir jetzt aber wirklich vorgelaufen. Jeder weiß, dass du ein Tierqueter bist, Jasmin. Hey, gar nicht. Das glaubt dir niemand. Ja, die ganzen... Ich kann ja gar nix nehmen. Noch n' Feder. Wo ist das Fleisch? Hier, ich kann das alles nehmen. Bevor es dies bohnt. Hast du? Also zumindest das Fleisch und die Federn. Und die Knochen. Hey, und was hab ich... Ich hab auch ein bisschen Fleisch aufgenommen. Jo, das freut mir doch. Ähm... Wo soll ich denn die Patronenhülsen und die Geschossspitzen hinpacken? Äh, in die Schmiede. Äh, in die Werkbank. Weil da brauch ich sie sowieso. Okay. Boah, ich kann richtig viel Antibiotika, natürliches Antibiotika jetzt machen, dann. Trübes Wasser. Boah, dieses Durchsortieren immer, ne? Hm. So. Was war das? Oh. Da, ich... Ja, soll das... Ja, aber da läuft irgendwann durch deine Fallen, du. Ah, egal. Sollen sie durchlaufen? Wenn sie Spaß dran haben. Nieder mit der Turanei. So sieben geschmiedetes Eisen habe ich noch gesammelt. Werkbank. Ja. So, hab ich dir reingepackt, Jasmin. Dankeschön. Ja, aber immer gerne doch. Wenn ich groß bin, will ich mal genauso doof werden wie du. Mhm. Oder wie ich. Mhm. Irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, es steckt das nicht richtig. Äh, Nitrat. Nitrat kannst du eigentlich in die Chemiestation packen. Hm. Hast du das ganze Nitrat da reingepackt? Ja. Das ist das, was ich in meiner Kiste hatte. Ja, die 2000 Un hast du ja vor dem Blutmund verarbeitet, ne? Ja, und dann habe ich jetzt 1400 noch. Da mache ich jetzt, äh, Moni, äh, Schießpulver draus. Oh, mein Gott, ich, mein Kopf, äh, Schrein. Ich muss doch kurz gucken, wo kommt denn das jetzt hin, ey. Ich bin überfordert. Ja, ja, dann geht mir auch gerade so. Und jetzt nochmal runter. Was ist denn jetzt dieser blöde Mob war? Da. Also, die mechanischen Teile meine ich. Gut, die beiden können drinnen bleiben. Äh. 4x4 Truck. Ich kann den sogar schon herstellen. Oh, mein Gott. Und ich brauche dafür das Fahrwerk-Zubehör. Aber ich kann das Fahrwerk und das Zubehör nicht herstellen. Gut, dann gehe ich jetzt erstmal ein bisschen auf den Mechaniker, damit wir das Auto kriegen. Mechaniker. Dann kann man auch größere Loot-Touren machen. Der macht das alles in den Sinn, Jasmin. Nicht. Nie da mit der Tyrannei. Nie da mit der Tyrannei. Das sage ich immer. Ist der nicht. Ich bin hier im Haar. Stunden hin, bis du umgehst. Ähm. Eigentlich könnte ich hier ja mal so ein... Da. Ich habe alles weggeräumt. Noch einmal kurz drüben hingucken. Mal schauen, was unser Beton macht. Mhm. Ich kann kein... Wolltest du nicht ausmachen? Was? Die Gründe. Gleich, gleich, gleich. Ich wollte nur mal gucken, was mein Beton macht. Okay. Äh. Muss ich wieder Stein einschmelzen in eine Schmiede. Und dann kann ich auch wieder Beton herstellen. Wobei ich kann nächstes Mal schon mal anschmeißen in der Trommel. Äh. 2317 Beton. Beton. Nehmen mehr. 3242 Beton. Mhm. Ja. Gut. Dann würde ich... Warte, 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 warte. So. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns auf jeden Fall für heute. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Lasst gerne einen Like da. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.